Hallo ich Nordfinger und Willkommen zu einer weiteren Schaurigen Runde Dead by Daylight mit Dalu, mit Lea, mit Jan und Mr. Kobold Und Dalu spielt heute den Killer Ist geil Hallo Gut gemacht Der Glockenmann Hasse ihn Aber Dalu, ich hab vorhin Oh Gott, oh Gott, nein Nein, hey, hey, hey Lauft Der Glockenmann ist da Falscher Schrank Falscher Schrank Nein Falscher Schrank Falscher Schrank Was machst du denn da? Ist doch schon was schönes für dich Die Lache war halt auch gar nicht Psycho oder so Ich hab's halt einfach verkackt, das tut mir leid Haste den Glockenmann Oh Gott Was kannst du denn Dalu? Kann mich unverwehrt machen Nee, 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 nee Oh nein Kannst du bitte einfach weg gehen Und wir machen alle friedlich nebeneinander Oh Gott Oh Gott Ey, nicht schon wieder ich Komm schon Hallo Komm her Jan Ich hab mir einen schönen Haken für dich vorbereitet Ist das nicht schon der zweite Haken? Ach man Ja Ja Okay, Jan ist raus Stichern Kämpf noch ein bisschen Nee Kann er nicht Hör die Boi Hör die Boi Was denn? Kannst du die Glöckchen klingen? Hörst du die Glöckchen klingen? Hörst du die Glöckchen klingen? Hörst du die Haangst? Ihr solltet keinen Fehler an den Automaten machen Oh, was hör ich denn da? Ups Nix, alles in Ordnung Wen seh ich denn da? Ich war gar nicht in der Nähe Die Vögel aufschrecken macht es nicht besser So early Oh Irgendeiner hat es hier eilig gehabt Hörst du die Läu Hörst du die Läu Gwak, 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 gwak Hörst du das? Was ist das? Lass mich Ich will dich Bist du hier geblieben Nein Die erste Killer Runde die Dalu gewinnt Uuuh Bring dich nicht an, hier Ich hier rumwackeln, na. Moment, Janne ist schon tot, oder wie? Was mach ich denn? Geh erst Early suchen, okay? Mann, was? Oh shit. Das war Nummer 3. Hallo? Hi. Für Leute kämpfen. Ja, aber... Rein ist, Leute, ich höre das Generatoren-Geräusch nicht. Komm zurück. Egal, Early, lauf! Mach dieses Spiel nicht! F***! Wer lebt denn jetzt noch? Ähm... Ich hebe mich nicht bis zum Schlüssel. Mann... Kobold! Nein, lass mich! Ist der Generator nicht fertig? Was? Der eine ist fast fertig, aber den musste ich liegen lassen. Ach, du kommst doch besser? Mach auf mich doch! Mami! Ach, du bist doch schon wieder rum rumgelaufen. Ach! Geh doch! Behalt deine Kirchenglocken bei dir! Fuck deine Glocken nicht! Oh, scheiße! Nein! Ja, gute Idee, Kobold! Ja, komm, wir tanzen! Ja, dann tanzen wir! Ach nein! Kopf betreten ist böse! Tanz, Kobold! Ich hab' da getroffen, verdammt! Hey Early, du lebst ja noch! Ich komm' zu dir! Nee! Wo bist du denn? Scheiße! Ach, scheiße! Ich bin ja noch gar nicht am Wigglen! Jetzt bin ich am Wigglen! Kein Stress! Welchen Haken kriegste denn hier? Der ist doch schick! Ne, den hab' ich sabotiert, der geht nicht! Ja, ja! Ich seh' ihn aber noch! Der geht nicht! Ah ah! Ah ah! Er ist schön weit weg von Early! Das ist ein Montagshaken! Komm, funktioniert! Ah! Fuck! Early ist zu weit weg! Du musst kämpfen! Ah! Ups! Du musst kämpfen! Erstmal vor der Leerttaste gerutscht! Viel Spaß Early! Es liegt an dir! Nichts liegt an mir! Hau ab da! Hallo! Gibt's hier irgendwo einen Selbstmordknopf? Nein, du schaffst das noch! Gibt's hier eine Falltür! Gibt's hier eine Falltür! Was war das? Ich gönn dir die Falltür! Die Falltür ist erst offen, wenn er noch zwei Generatoren schafft! Ah, stimmt! Ja, ripped irgendwo! Was denn? Verpiss dich doch, Dalu! Wie drehe ich meine Kamera jetzt nochmal? Kannst du... Kannst du nicht drehen? Ja, lauf! Halt die Schnauze! Gibt's hier, Dalu! Was sind wir meine... Sie sind die Haken! Wie, ich hab meine Kamera... Hallo! Hä? Moment, meine Kamera ist total komisch! Es steht einfach schon vor ihm! Okay, hallo! Hallo, Dalu! Moment, warte kannst du... Gib mir mal kurz eine Sekunde, warte mal kurz, warte mal kurz... Hallo! Ich musste mal ganz kurz was überprüfen! Nein! Komm, kämpf early! Du schaffst es vielleicht noch! Die Haken sind weit weg! Fing nicht an! Ah, meine Tastatur fällt runter! Komm immer A und D! Komm schon! Jetzt lauf! Alalalala! Shalom! Mahala! Hörst du den Glocken klingeln! Hier bin ich! Hier bin ich! Ist schon wieder Sonnzeit! Nein! Hier bin ich! Das ist so schön gerade! Geh weg! Wo gibt's denn hier so ne Falltür? Wovon labert ihr denn? Wo geht's denn da unten runter? Du brauchst doch... Du brauchst doch... Ja, da unten ist gut! Da ist Dead End! Ah, cool! Vielen Dank! Hallo! Hallo! Kann ich dich schlagen? Ich will dich kaputt machen! Okay, ich bleib hier einfach sitzen! Ich bleib hier sitzen und wir... Wir unterhalten uns einfach! Warum... Warum machst du... Geile Unterhaltung! Bam! Ich lass mir über den Kopf gezogen! Kannst du mich nicht einfach umbringen? Ja, kann ich! Ja... Ohne Taten! War wär ja nicht so lustig! Äh... Nur mit nem Perk! Jetzt... Und... Tschüss! Äh wie? Achso hier... Ja... Gottesdienst vorbei! Hat nicht geklappt! Aber ich hab eine... Eineinhalb Generatorin repariert! Die Tat Dalo... Oh... Ich war nervös! Ich hab die ganze Zeit gefailt! Ups! Selbstlosigkeit! Ja... Die Punkte gemacht? Ja... 4.000! Ja... Nicht viel! Ich hab die... Ach, Dalo hat die Meister... Wenn's euch gefallen hat... Das läuft mir noch auf da! Schaut bei Dalo vorbei! Die finden in den unteren Beschreibungen! Wenn ihr mehr davon sehen wollt... Schreibt's in die Kommentare! Hau da rein! Bis dann! Tschüss! Tschüss!